Unmukha Pita, auch genannt Unmukha Pitasana, ist der nach oben schauende Thronsitz. Pita heißt Bank, heißt aber auch Thronsitz. Und es klingt etwas königlicher, wenn wir es als Thronsitz bezeichnen. Es ist nichts anderes als ein anderer Name für Setubandasana, die Brücke. Lege dich auf den Rücken, beuge die Knie, gib die Fußsohlen auf den Boden, halte die Handflächen auf den Boden und hebe das Becken hoch. Und so bist du in Unmukha Pita, Unmukha Pitasana, den nach oben schauenden Thronsitz.